Ich hab 160 Killed. Ich hab keine Ahnung wie viel. Ich hab da einfach nur rumgeballert. Irgendwohin geballert dann, dass ich irgendwas wenigstens treffe. Ich bin immer außen rum, ganz unten, hinten rumgelaufen. So. So, mal gucken wie das aussieht hier mit besseren Waffen. MG. Oder doch kostet 25 000. Dann kalt mir nicht, scheiße. Das fiel mir. Ein paar Punkte. 300. Hm. Kacke. Wir sind hier ein Hammer. Finger des Todes. Boah, die kosten ja alle ein Arschvolles Geld. Die kann sich ja keinen Schmerz leisten. Burst-Sturmgewehr. Halbautomatisches Sturmgewehr. Boah, wie kauf die jetzt? Hmmmm. So. Mich schwer aus der Welt. Ja, ich auch gleich. Mal gucken, wie das hier aussieht mit das anderem. Was ist denn Springmeister? Ne, kann ich nicht rufen. Ich mache jetzt Explosions-Dings. Das kann ich nicht nehmen. Hä? So, Explosionsschutz. Kann ich nicht nehmen? Wie kann ich nicht nehmen? Das ist ja beschiss. Achso, du kannst nur die Aktiven praktisch auswählen. Und die Passiven, die sind halt sowieso schon ein, sozusagen. Mhm. Okay. Geht los. Ach. Ach. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rumgekeigelt an diesen, an dieser scheiß Mission. An diesem... Ja, aber auch. Nur, nur an diesem einem Eck. War aber auch ganz schönes Gebälze. Ja. Ich wusste gar nicht, wo die alle herkommen. Die kamen ja von allen möglichen Richtungen auf einmal. Loading! Nein. Und reagiert nicht mehr auf die Füße. Bring die weg. Und reparieren. Verstand nicht. Nein. Einen D.O.W. Grunde zu präparieren. Ich denke, wir konnten werden. Sichern erst ein funktionierenden L.E. alter Pass. In einer Umbrella-Anlage in der Nähe. Haben wir ein Detekt. Soll ich sein. Wir sind nicht alle. Hm. Soll ich sozusagen die Bösen hier noch? Warum hat die Totenfabrik noch Strom? Wir haben dort das Stromnetz abgeschaltet. Glaubst du wirklich? Umbrella bezieht Strom aus der Stadt. Oder? So. Denkst du, wir sind die böse Truppe, ne? Eigentlich, wenn man es so nimmt. Sozusagen, jo. Tür öffnen. Ach. Cool. Muss nachladen. Gucke, man. Denn? Ja, scheiß Zombies. Ich geh mir grad auf den Sack. Also die, die KI, die trifft irgendwie nie die Zombies. Und wenn sie sie treffen, fallen sie aber irgendwie nicht um. Sehr kurios. Wie kommen die hier, ja? Druck ist okay, der muss nicht mehr. Ja, im Weg geht's auch gleich so. Wer ist das denn? Wie? Ja, die, die, die haben, manche haben was am Arm, habe ich schon mitgekriegt. Und die, da brauchst du übelst viel, bis die einmal sterben. Na, blöd, wenn die Trümer sterben. Jetzt ist meine Muni leer. Ich tolle. Bauerdeckung! Wie? Wie? Ja, der Typ. Wie? Ja, tot. Also, der Typ. Halt! Hier, liegt was rum. Hier lag was rum. Hat sich der Onkel schon gekrallt. Hehehehe. War bloß ein Scharfschützengewehr. Ich habe gesagt, da war ein Scharfschützengewehr. Achso. Du bist Energie, ne? Ne, ich habe voll. Die Musik ist gerade ein bisschen komisch. Ah, ich habe es doch geahnt. Hier schießt einer. Jetzt nicht mehr. Hier ist ein Scharfschützengewehr. Hier ist noch einer. Na wo? Achja. Reichts. Ich dachte, du knallst den ab. Na, ich sehe den noch gar nicht. Du siehst ja, wo der Schuss herkommt. Du schruder her, er hinrennt. Ich brauche Kugeln. Ich bin schon wieder leer. Gibt es nicht. Na, rechte Seite. Ja, hier neben mir kommt ein Zombie. Kümmert euch mal an dem. Hä? Ich kann ja mit dem Scharfschützengewehr schießen und die Zombies machen mich kaputt. Komm doch mal um die Scheinwerker rum. Ja! Ne, ich will mich schützen. Vor was denn? Vor dem Scharfschützen. Ich bin schon wieder. Komm, Zombie aus der Tür. Bist du wieder da? Ja. Ja. Riecht wieder Brandgranaten. Oh ne, nichts Gutes hier. Das ist mir zu ruhig. Ich hätte jetzt gern wieder... Hm? Ich hätte jetzt gern wieder einen Sturm gesehen. Ich hab eins, ich hab eins. Ne, das ist nicht. Hä? Gehst du denn so lange damit? Äh... Ich glaub hier hoch, hm? Jo. Nach unten. So. Ach. Ach. So ein Scheiß. Ein Hinterhalt. Entdeckung. Da war auch kurz hier, oder? Wo sind die? Wie? Ich seh die nicht. Bin ich blind? Ach geil. Jetzt bin ich hier doch mit dem. Guck mal. Und jetzt schießen sie nicht auf dich. Ja. Wie machst du denn das? Ich hab so... so ein Ding. Ding? Ich streiche die Konten lang der Typ. Na dann mach mal. Ich versuch's doch grad. Ich hab bloß den Scheiß zu. Ach. Das sind so richtig gemacht. Jetzt bin ich gar nicht mit der. So. Der ist Matsch. Oben im Fenster der eine zumindest. Ich brauch Muni, alter. Muni, Muni, Muni. Neun. Neun, neun. Neun. Ja, dass wir irgendwie da hinkommen. Ich brauch eine andere Waffe, eine andere Waffe, eine andere Waffe. Ja, Silvespray. Jo. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Friedhof, klasse. Ich versuch anerend irgendwie Munition zu sparen hier. Weil Munition ist ja momentan ja sehr rar. Ja. Wirst du's vielleicht mal. Ähm. Ja. Wirst du wenig zum Beispiel mal mit Pistole zu schießen? Ja. So wenig sind's jetzt auch nicht gerade. Ja, aber. Hä? 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 Warte. Striftet mich da ständig? Ähm. Zombies und Spezialanheiten und alles mögliche hier. Alter. Alter. Leck mich. Wieso stecken die noch einmal so viel ein? Kann mich hier verarschen oder was? Kann doch nicht sein. Scheiße. Äh. Wurde leer! Nein! Von wo komm ich? Ey, warum flieg ich denn über solche Künstflecken ab? Wie ist Munition? Ey, ich hab grad nen Grund-Zombie-Problem. Können wir dir da weiterhelfen? Richtig. Ah, jetzt bin ich so tief. Na toll. weder du oder so ist das gerade auf mich geschossen nein das sind sie kai kai macht das des öfteren er ist echt schlimm mit dem schaufschutz ja kein spaß mit schützen hier ja wieder hinkommen was liegt denn da erste hilfe spray kannst du hier einsammeln sowieso eine pump gun die pump gun ist halt irgendwie ist es schon geil halt nur aus nächster nähe müssen wir denn hin nach da ja wie sollen wir da hinkommen boah es gibt doch hier tausend wege tausend jetzt auch wieder nicht ich meine sind da und da und granaten also muni leer sind sie tot kopf Doch Leute, was schießt denn hier schon wieder? Wieso kann man hier hinter den Grabstein nicht in Deckung gehen? Was ist denn das für ein Beschiss? Ich quietsch nicht. Ich quietsch nicht. Das ist das Knitschen. Das ist das Knitschen, habe ich gesagt. Kann man nicht aufheben. Nein, hier komme ich wieder nicht weg. Oh, wo sieht die hier unten rum? Los, dir gehts wieder gut. Ach, schon wieder mehr. Boah, klasse. Oh, Alter. Ich bin tot. Ey, das ist eine Revenger. Hilf mir hier. Bin direkt neben dir in die Luft geflogen. Was machst du? Ja. Hilf mir. Ich weiß, wenn da was rumliegt. Ja. Okay. Habe ich eine Revenger oder so heißt das Ding. Sturmgewehr, ne? Hier ist ein Granatwerfer. Aber Granatwerfer, wie gesagt, hast nur ein paar Dinger Muni, ne? Dann bleibt das Ding leer. Ich habe die Revenger, habe ich mich gerade in die Dings verliebt. In die Dings? In den Klang. Was ist für ein Granatwerfer? Wie viel Muni hast du? Bei dem Dings? Oh, noch so und so ein Schuss. Oh, okay. Machst du erste Hilfespray? Ja. Ja. Cool. Sieht so, hier ist nix anscheinend. Schade. Dieser Hilfespray. Bitte. Vielen Dank.